Ja, Freunde, es war mal wieder soweit, OMC 2024, das Royal Enfield Treffen hier im Altmühltal. Ich konnte leider erst am Samstag früh aufbrechen, wie ihr hier seht, bei absolutem Shitwetter, kalt, nass und grau und ne, also alles andere als schön, aber egal, man will ja die alten Bekannten wieder treffen. Schaut es euch einfach an, lasst die Eindrücke auf euch wirken, es war wie immer absolut geil. Und ein absolut versautes Moped und Gott sei Dank habe ich dran gedacht, mir die Unterlage für einen Seitenständer mitzunehmen. Eindrücke Untertitelung. BR 2018 Ziemlich durchgefroren kam ich dann endlich in Breitenfurt an und der Uli, Gott sei Dank, vielen Dank Uli, hat mir gleich einen heißen Tee serviert. Eine MZ mit Diesel, mal was anderes. So, anschließend habe ich mein Campingfass bezogen. Und wenn man schon mal in Breitenfurt ist, muss man natürlich auch die Pulverhöhle besichtigen. Und wenn man schon mal in Breitenfurt ist, muss man natürlich auch die Pulverhöhle besichtigen. Ich verstehe nicht, wer sowas macht. Ja, da müsstest du das Zelt robben. Das war's. Das ist die berühmte Pulverhöhle. Ja. Ich weiß nicht, ob's da weitergeht. Wieso? Die Höhe vielleicht? Naja, riesengroß ist ja nicht. Keine Ahnung. Das sieht immer fast so aus als ob. Okay, ja. Ja, da müssen wir jetzt fitter sein und vor allem die richtige Ausrüstung haben. Ja. Oh. Hast dich gestoßen? Ja. 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 Und da filmt der Rest, weil ich drauf bin. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Freunde, das war es wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und oder liked. Ciao!